Guten Tag alle miteinander, hier ist wieder GBFA-Kanalmeister mit einem Let's Play, einem kurzen Let's Play, denn es ist ein kleines Spiel. Es ist ja im Grunde genommen, Shareware ist es nicht wirklich, aber die Programmierer, die das Spiel gemacht haben, sagen an mehreren Stellen, ne, gib uns so ein bisschen Geld, damit wir weiter Spiele produzieren können und eine größere Firma aufbauen können sozusagen, aber soweit ich weiß, ist daraus nichts geworden. Das Spiel ist schon ein bisschen älter, es ist rausgekommen für Windows 3.1, 11, auf jeden Fall läuft es unter Windows 95 und auch Windows XP und ja, es ist ein kleines Browserspiel, wie ich es auch nicht nenne, also sehr simpel gemacht alles und aber ist trotzdem ganz witzig, wie ich finde und ja, es ist ein Text-Adventure-Rollenspiel, wobei die Rollenspielelemente sehr gering sind und ja, es ist Hero, Hero the Challenge, Version 1, einfach nur 1, nicht 1.0 oder so, sondern einfach nur 1, es ist Version 1. Ja, man sieht hier zwei Drachen, ich denke mal, das soll ein Drache sein, wobei man es nicht ganz erkennt, die Arme hier vorne, ja, werden ja wohl die Drachenbeine vorne sein und es sabbert anscheinend ein bisschen hier und hat hier diese Ohren oder diese Kiemen oder wie nennt man das bei Drachen, diese Seitenkämme und der andere ist ein klassischer vierbeiniger Drache in psychedelischen Farben, wie ich finde, der Psycho-Dragon und ja, was ist das alles? The Story So Far Ja, das ist Hero, Hero the Challenge ist The Story, also, ja, lese ich das in Englisch The Story of You, der Held, Schrägstrich Jäger, also anscheinend beides, deines Dorfes Als du von einer nicht gerade erfolgreichen Jagd zurück nach Hause kehrst, findest du, dass ein kleiner Drache dein Heimatdorf zerstört hat Es geht hier um einen kleinen Drachen, das ist kein Riesendrache, kein Smaug oder sowas Nein, das ist auch bloß ein kleiner Drache, was für ein Dorf ja wahrscheinlich schon eine Katastrophe schlechthin ist Denn es ist komplett zerstört worden Und es liegt jetzt an dir, die Macht des Landes zusammenzutragen und das zu retten, was von deinen Leuten übrig ist Die Frage ist, was ist denn übrig von denen, aber das wird man nicht wirklich erfahren Und was auch immer das hier sein soll, das ist wie ein negiertes Bild von einem, ich weiß nicht, Kerze oder Schwert Könnte wohl ein Schwert sein, aber dann sind auf jeden Fall hier, sind hier ein paar Artefakte hier auch überall mit drin hängen geblieben Was ich natürlich dann wieder witzig finde, das Bild ist nicht ganz perfekt bearbeitet So ist das ganze Spiel eigentlich, es ist ein bisschen simpel alles Okay, I'm done, ich bin fertig hier Tja, die Instructions benennen Benutze die Knöpfe auf dem Bildschirm, um deinen Charakter zu bewegen durch das Tal Wobei wir bewegen uns nicht nur in einem Tal, primär bewegen wir uns eigentlich in einem Wald Aber vielleicht liegt dieser Wald ja in einem Tal Und wenn die Pfeiltasten nicht da sind, dann musst du irgendwas anderes auswählen Ja gut, man bewegt sich quasi in so einem Kasten Bewegt man sich und wenn es da an der einen Seite nicht weiter geht, weil man das Ende erreicht hat, dann geht es nicht weiter, logisch Und der Drache sollte der finale Kampf sein Dann ist es der stärkste Monster im Spiel und wenn das zerstört worden ist, dann kommt automatisch die Endsequenz Also dann ist das Spiel vorbei im Grunde genommen Und ja, es sollte unsere letzte Begegnung sein Allerdings habe ich einen Trick entdeckt tatsächlich, den man an einer bestimmten Stelle anwenden kann Den werde ich auch anwenden und zeigen Ich habe mal wieder ein bisschen gebastelt Sozusagen nicht gebastelt, aber ich habe ein bisschen rumexperimentiert Wie ich das immer mal gerne mache bei solchen Spielen Und ja, es muss das nicht sein, aber ich werde trotzdem chronologisch vorgehen Oder wie das Spiel das einem eigentlich vorsieht Und wenn man irgendwas zum Inventar hinzufügen will, dann muss man es mit der Maus anklicken Und wenn nichts passiert, dann hat die Person, der man dann gegenübersteht, kein Interesse an diesem Gegenstand Und deine Spielpunkte oder dein Highscore ist sehr wichtig Jeder wird benötigt, um durch das Spiel zu kommen Was zumindest auf einen Wert anspielt, nämlich den Ehrenwert Es gibt Ehre im Spiel, wir brauchen viel Ehre, um weiterzukommen Und ja, behalte ein Auge darauf Und denn sie verändern sich, während das Spiel fortschreitet Und wenn der Computer dich anpiept Dann heißt das, dass deine Spielpunkte sich verändert haben Ich habe es noch nie piepen gehört, also, naja Vielleicht habe ich den Sound deaktiviert, aber es gibt auch sonst keinen Sound hier wirklich Okay, I'm done So, About Hero Ja, wir wollen drei Dollar haben Für diese kleine Registrierungsgebühr bekommt ihr Oder wird euer Bild hier mit den Leuten hier unten aufgeführt Dann bekommen wir noch ein Zertifikat, eine Urkunde Eine Ehrenurkunde Und ein Dankeschreiben, oh wie nett Außerdem werdet ihr helfen, eine neue Shareware Company oder Firma aufzubauen Tja, und das ist allerdings dann hier schon längst verjährt Jamie C. Wakefield Und in Middlebury, Vermont Wo ist das eigentlich, ist das in England oder in Amerika? Ich weiß es gar nicht Ich denke mal, das ist in Amerika Oder vielleicht auch in Kanada Naja Programmer in Storyline Jamie C. Wakefield Tutor, Programmer und mehr Bill Cuesnel Auch wieder so eine Sache, man kann das fast nicht lesen hier Weil das hier so durchgepixelt ist Und die gorgeous Graphics Also die wunderbaren Grafiken Mit denen man den Text nicht mehr lesen kann Sind von Leigh Guptill Und die Inspiration und Aufmunterung Gab es von Marilyn Whitaker und Dan Callahan Tja, das sind die Jungs und Mädels Die dann hier für das Spiel verantwortlich sind Ja, legen wir mal los Klassischerweise beginnt das Spiel dann mit Der Charaktererstellung Da haben wir einen Geist oder was auch immer das sein soll Vielleicht ein alter Mann oder alte Frau Ich kann es nicht genau erkennen Und hier sehen wir unseren Helden wahrscheinlich Das soll er wohl sein Wir können einen Namen vergeben Mit einem Sternenschild Den man auch wiedersehen wird im Spiel tatsächlich Und wir können randomize unsere Stärke, Agilität, Gesundheit und den Skill Bestimmen lassen Hier kann man einfach so lange draufklicken, bis man super Werte hat Wobei das nicht wirklich nötig ist, meines Erachtens Das ist einfach nur Ja, ist nicht so wichtig Ich glaube, das sind gute Werte Und sie werden auch nochmal erklärt Hier unter Help Eine, uups Eine hohe Stärke verursacht mehr Schaden im Kampf Macht Sinn Und eine hohe Agilität, also Geschädlichkeit Ja, erhöht unseren Schutz gegen Attacken Also das ist eigentlich der Defensivwert sozusagen dann Man weicht den Schlägen der Gegner aus Und ein weiteres Fenster geht auf, um dann die anderen zu erklären Das konnte man alles anscheinend nicht in einem Fenster erklären Ja, und Gesundheit ist halt Gesundheit Das sind unsere Lebenspunkte Bis wir dann sterben Und dann fängt das Spiel wieder von vorne an Oder man muss das nochmal versuchen Und der Skill Der Skillwert bedeutet halt, wie gut man trifft den Gegner Ja Ja, mit der Stärke dann So, und ich würde sagen Ja, wir können einen Namen vergeben Wir können es ja hier GBF nennen oder was Dann haben wir Ready, let's play Mit vier Ausrufezeichen Denn einer wäre zu wenig Und zwei auch Und drei auch Vier müssen es sein So Und da sind wir Da haben wir unsere Stärke, Agilität, Verteidigung, Skill Und da ist der Ehrenwert Wir haben noch null Ehre Wir sind absolut ehrenlos Und das müssen wir natürlich ändern Und wir haben eine Lederrüstung tatsächlich Und ein Speer als Waffe Ja, wir sind ja ein Jäger des Dorfes Und wir machen Schaden 1 bis 5 Ein randomized Wert Hier Ja Das Spiel ist in Englisch Deshalb verfalle ich immer gerne immer wieder in Englisch Der zufällige Bereich Und zwölf Gesundheitspunkte haben wir So, dann haben wir unser Inventar Jeder Slot von diesem Inventar ist für einen Gegenstand im Spiel gedacht Das heißt, man kann sich gar nicht aussuchen, wo man das hinlegen will Oder man kann es auch nicht verschieben Das landet einfach nur in den Pottern Und weg ist es dann irgendwann, wenn man es abgibt Und Hey, where's the picture? Ja, hey, where's the picture? Das passiert manchmal Dann wird das Bild schwarz Und dann kann man hier sagen Ich will das Bild wieder zurück haben Oder ich will wieder sehen, wo ich überhaupt bin Weil manchmal wird das vergessen Vom Spiel tatsächlich Und wir können auch Restart machen oder Quit Aber das wollen wir ja nicht Und Ja, das ist dann hier Textadventure-mäßig So wie Taran Im Amteurland Oder Sword of Hope Nicht Sword and the Hope Sondern Sword of Hope Und all diese anderen Spiele Und man hat hier so Entscheidungsmöglichkeiten Am Anfang Ja, nicht so wirklich viele Es gibt eigentlich nur eine Sache, die man hier machen kann Oder machen muss Und das heißt Dieser Tag war lang und frustrierend Denn das Dorf hat kein Fleisch mehr Und kein Wild ist vor dir aufgetaucht in deinem Stand In deiner kleinen Jagdhütte Ja, hier gibt es anscheinend keine Scavenger zu jagen Und wir können sagen Wait a little longer Du wartest, bis es dunkel ist Aber das größte Tier, was du sehen kannst Ist ein Blue Jay Ich denke mal, das ist ein Vogel oder sowas Wenn jemand ein Blue Jay ist Blue Jay Wir können auch hier weiter in die Wälder gehen Du gehst weiter in die Wälder, bis es dunkel wird Aber du siehst nichts Die Wälder sind beunruhigend ruhig Hm Tja, man kann auch nochmal draufklicken oder sowas Aber dann kommt nur wieder derselbe Text So ist das Spiel die ganze Zeit eigentlich Bis man dann das richtige Mal auswählt Nämlich Head back to village Wir warten Wir gehen zurück ins Dorf Leider ohne Wild und Fleisch für unsere Freunde Und da ist der Drache Als du aus den Wäldern kommst Siehst du dein Dorf in Schutt und Asche Ein Drache hat das Dorf zerstört In dem Moment Ähm In diesem Moment Beobachtet er gerade die Trümmer Und überlegt sich, deine Frau zu fressen Tja Jetzt können wir sagen Attack the Dragon Was dumm wäre, weil wir haben keine Chance gegen ihn an diesem Punkt Wir können uns rennen und verstecken Dann rennen wir tatsächlich zu einer Kirche Oder wir können uns in die Wälder verstecken Und um unseren Angriff vorzubereiten Wir bereiten da eigentlich nichts vor Wir rennen eigentlich nur zu einer anderen Stelle hin Aber ich will eigentlich hier Ja wo will ich hin Gehen wir zur Kirche Ähm Wir können auch in den Wald rennen So Und dann sind wir jetzt an einer anderen Stelle Und haben jetzt erstmals hier unsere Bewegungsfelder Also Norden, Westen, Süden, Osten kann man ja auswählen Wenn das Spiel das anbietet Wir sind quasi ganz am Norden der Karte Und deshalb können wir nicht weiter nach Norden gehen Ich kann draufklicken Dann allerdings wird es einfach nur schwarz Und jetzt kann man sagen Hey, where is your picture? Hier Und dann kommt man wieder zurück Ähm Ja Anscheinend Oder wenn jemand hier woanders hinklickt Dann wird es schwarz Hey, where is your picture? Tja Und die Wälder begrüßen dich Ähm Glaube ich heißt das Deine Quest erwartet dich Deine Aufgabe Und du kannst in der Ferne die Schreie deiner Frau hören In dem was mal euer Dorf war Tja, wir befinden uns eigentlich jetzt hier einen Schritt östlich vom Dorf Wenn wir jetzt nach Westen gehen, sind wir wieder beim Drachen Und rennen jetzt mal Run and Hide Und rennen sehr viel weiter weg Tatsächlich Nämlich zu einer Kirche Es gibt zwei Kirchen Und ähm Du rennst Äh So lange Es scheint hier wie Stunden Bist du endlich Ähm Mit Angst genährt Mit Angst befeuert Äh Vor einer kleinen Kirche auftauchst Da sieht man sie im Hintergrund Und wir können sie betreten Büng Ja gut alter Windows XP Bonk Sound Ja Und man geht rein Und man fühlt sich erneuert Äh Und erfrischt Und wir fühlen uns So stark Dass wir denken Dass wir den Drachen besiegen können Äh Hinweis können wir nicht Nicht mit Lederrüstung Und einem Speer Das ist definitiv nicht Äh Ratsam Ja Was kann man hier alles machen Also man kann hier Ja also sich jetzt in verschiedene Richtungen bewegen Ähm Ja Und das meiste hiervon ist Wald Ich denke mal Wir gehen mal nach Norden Hier ist Wald Sieht genauso aus wie die anderen Wälder auch Ähm Diese Wälder Kenne ich Das Haus Äh Wo Ach wessen Wälder das sind Denk Äh Weiß ich wohl Sein Haus Ist aber im Dorf Achso Hm Scheint der Lord Oder sowas Wenn es einem Dorf Einen Lord gibt Der wird ja eher in einer Burg sitzen Und in einer Stadt Aber egal Auf jeden Fall sind das seine Wälder Wer auch immer Das ist Aber das ist eins von diesen vielen Bildern Wo nichts ist eigentlich Na gehen wir weiter nach Norden Weiter in den Wäldern Ähm Du bist weiter in den Wäldern Als du jemals warst Und ein kleiner Seltsamer Baum Sitzt in der Mitte Des Waldes Ja das ist dieser kleine Ja das ist im Grunde Das ist ein Weihnachtsbaum Das kann man fast nicht erkennen Da sind so kleine Äh Ja Kleine Lichter drauf Kleine Kugeln Und ähm Ja Man erkennt direkt Dass es ein Gegenstand ist Den man mitnehmen kann Weil er eben Ja Äh So quadratisch ist Ja Und heraussticht Man kann draufklicken Und dann nehmen wir den kleinen Baum mit Ähm Du nimmst den kleinen Baum In dein Inventar In deinen Rucksack Packst du den Und es scheint sich ein bisschen Zu bewegen In deiner Hand Denn als du es aufnimmst Äh Denkst du Dass du ein Äh Mädchenhaftes Kichern hören kannst Ja dieser Baum Ist tatsächlich eine Ja Ein Geist Der da drin haust Eine Druade Genau genommen Also ein Waldgeist Den nehmen wir einfach mal so mit Warum auch nicht Ja So Gehen wir nach Westen Und Wir finden hier ein Wunderschönes Einhorn Das hier grast Und äh Es hält an Dreht sich um Und schaut uns an Hallo Und äh Du erinnerst dich daran Dass das Ähm Horn eines Einhorns Eine mächtige Waffe Sein würde Ja wir können das Einhorn Tatsächlich angreifen Allerdings wäre das sinnfrei Weil es uns so wahrscheinlich Sowieso töten wird Ich hab's nie gemacht Aber wir können ihm auch Unsere Unser Leiden erzählen Oder Ja Äh Du erzählst dem Einhorn Dein Leiden Ich äh Ich verstehe Junger Krieger Lass mich dir helfen So gut wie ich kann Er Achso Ist keine sie Ist hier nicht Das letzte Einhorn Äh Er berührt dich Äh Leicht mit deinem Horn Und ich glaube Jetzt hat sich was verändert Ich glaube Unser Skill ist jetzt gerade gestiegen Und unsere Ehre Ist um 5 Punkte gestiegen Äh Glaube ich jedenfalls Und unsere Lebenspunkte Sind auch gestiegen Also Wir haben einen kleinen Boost bekommen Hier vom Einhorn Und ähm Hey Wo ist der Picture Können wir es nochmal machen Wir können auch in Still dort stehen bleiben Und dann schaut es uns einfach nur an Und äh Zieht sich in die Wälder zurück Aber es ist ja noch da Jetzt mache ich das nochmal Ich erzähle dir nochmal von unserem Leiden Aber es passiert Ich kriege nicht nochmal so einen Bonus Den gibt es nur einmal Und äh Ja Dann gehen wir wieder zurück Da wo das Bäumchen war Und wieder hin Und Dann ist das Einhorn tatsächlich verschwunden Hier äh Ist es wo das Einhorn gegrast hat Was war eine wunderschöne Ansammlung Von Bäumen und Wäldern Oder von einem Wald Also eigentlich ist es ja ein großer Wald Ja Ja Gehen wir weiter nach Westen Du kannst dich Vage daran erinnern Dass du hier als Kind Mit anderen Spielern Äh Mit anderen Kindern Aus dem Dorf gespielt hast Nun sind sie alle Krieger So wie du Nun Einige sind tot Durch die Klauen des Drachen Und den Feueratem des Drachen Manche werden auch Für später aufgehoben Wie deine Frau Jetzt wird ein bisschen Hervorgehoben Wie deine Frau Erinnerst du dich Deine Frau wird gerade Gefressen Sie wird nicht wirklich gefressen Bis wir nicht den Drachen besiegt haben Und dann ist sie ja schon gerettet Also passiert das nicht wirklich Man hat ja keinen Zeitdruck Ja Aber das ist hier Weiter nach Westen Das ist dein liebster Jagdplatz Du äh 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 Dich mit Wohlwollen daran Dass du An all das äh Wild das du hier erlegt hast Und ähm Ja Für Ja Für dein Dorf Noch weiter nach Westen gehen Dann haben wir hier einen Pegasus Ich konnte mir nicht helfen Und musste mit ansehen Was passiert ist Du musst dein Dorf retten Und dein Dein hier Ja Dein weibliches Pferd Äh Dein Mare Wie heißt es nochmal Ah Ich bin ja nicht so der Pferde-Experte Nicht der Hengst Sondern die Stute Genau Du musst deine Stute retten Ja gut Was erwartet man von einem Pegasus Er kennt nur diese Begrifflichkeiten Wahrscheinlich Für weibliches Für weibliche Begleiterin Ähm Suche die Äh Stabilen Zwerge Und die Agilen Elfen Vielleicht können sie dir helfen Ich habe gehört Dass sie magische Ausrüstungsgegenstände herstellen Ja Wo kann ich denn die Elfen finden Die Elfen leben Hoch Äh Tief im Süden und Osten Also im Südosten Von hier In einiger Entfernung Ja ganz im Südosten Tatsächlich sogar Es wird gesagt Dass sie in der Im Besitz eines magischen Schwertes sind Ja Das ist unser Upgrade Vom Speer Und ähm Das ist die Waffe Die wir dann brauchen Wo kann ich die Zwerge finden Die Zwerge leben im Osten Von hier Äh Äh Zeige dass du würdig bist Und sie geben dir da Ihre beste Rüstung Ja Also von den Elfen kriegen wir eine Waffe Eine super Waffe Und von den Zwergen eine super Rüstung Und wir können auch sagen Iron Nuts I'm not fighting any Dragon Ja Und darauf antwortet Äh Pegasus gar nichts Ja Aber Pegasus Gibt uns dann Hinweise Was wir So machen können Oder machen sollten Und Pegasus kommt auch immer wieder Oder ist immer wieder da Dass man immer wieder ihn fragen kann Falls man das vergessen haben sollte Ja Und ähm Ja hier ist es wieder der Text Von wegen dass unsere Aufgabe uns erwartet Also wir sind jetzt quasi wieder direkt vom Dorf Wenn wir jetzt einen weiter nach Westen gehen Dann sind wir wieder beim Drachen Und ähm ja Das ist das Gut Gehen wir nach Süden würde ich sagen von hier Und hier haben wir Berge Eine sehr Ja Dürre Landschaft Wie ich finde Wächst gar nichts mehr Direkt neben dem Wald ist hier die dürre Landschaft Und die äh Gespaltenen und äh Ja Kaputten Purple Mountains Äh Hier hat wahrscheinlich der Drache gehaust Ähm Angeblich Sind sie entstanden als eine Hexe und ein Dämon Einen Liebststreit hatten Hexen und Dämonen Das endet nie gut Und No one can pass out of the Ja und das kann ich gar nicht lesen Weil der Text Das Textfeld geht hier nicht weiter No one can pass out of the Ne Ich kann es nicht lesen Ich kann nicht lesen was da als nächstes kommt Tja Da wurde jemand nicht aufgepasst Aber ja So sind die Berge entstanden Durch einen Liebestreit zwischen Hexen und Dämonen Den wir auch nochmal sehen werden Die Hexe leider nicht Die sitzt wahrscheinlich in Taran In Tarans Wald Und die glühenden Purple Mountains Also Purpur Berge Angeblich fanden sie sich als Ein Dämon und eine Hexe So viel Magie Gesprochen haben Dass der ganze Bereich hier verseucht ist Jetzt äh Damit Also verstrahlt Magisch verstrahlt Und die Hitze Keeps Ja Ja Keine Ahnung Die Tiere und Pflanzen wahrscheinlich weg Also dass die nicht kommen können Deshalb ist Das ist die magische Hitze Die noch brodelt in diesen Bergen In den Purple Mountains Ja Und noch weitere Ja und hier ist noch Der selbe Text The Heat forces you to keep your place Achso Wir müssen stehen bleiben anscheinend Oder was Aber müssen wir nicht wirklich Man kann sich übrigens aus jedem Bildschirm rausbewegen Im Grunde genommen Also Selbst wenn wir auf Gegner treffen Die uns eigentlich töten wollen Können wir immer noch weglaufen Also das ist die Option Hat man immer Also von daher Wenn man sich nicht stark genug fühlt Kann man immer Weglaufen Wobei es keinen Weglaufbefehl gibt Man geht einfach nur in eine andere Richtung So nach dem Motto Oh tschüss Hallo und tschüss Ja Weiter nach Süden Ich bin mir nicht sicher Aber ich denke Dass das hier die Purple Mountains sind Ja Hatte wie sie schon so oft gesehen haben Das ist der ganze Bereich hier Von Süd nach Nord Der Purple Mountains Nur ganz im Norden Ist dann wieder ein Stück Wald Östlich von unserem Dorf Wo der Drache hier hockt Ja Dann gehen wir nach Osten Willkommen junger Krieger Ich sehe alles Und weiß von deiner Aufgabe Ich Wenn du mein Zauberbuch findest Das ich verloren habe Werde ich dir zeigen Wie man einen Blitz schleudert Ja Er bringt uns einen Zauber bei Den wir dann auch einsetzen könnten Und wir können ihn angreifen Nicht so günstig Und Wir können ihn bitten Dass Oder verlangen Dass er uns den Zauber zeigt Aber Ich bezweifle Dass er es machen wird Oder wir können sagen Great Ich kann ein bisschen Magik Viel Glück Dabei Mein Zauberbuch zu finden Wir können auch verlangen Dass er uns das zeigt Und dann Ja Spülen wir wie Licht Um unseren Kopf herum Flattert Und wir fühlen uns verwirrt Und Ja Jetzt sind wir wieder ganz da Da wo unser Dorf auch ist Das heißt wenn wir wieder In den Süden gehen Durch die Purple Mountains Und dann nach Osten Sind wir wieder im Zauberer Und Ja Welcome back my friend Find anything interesting Wie mein Zauberbuch Was anderes will er nämlich nicht haben So ein Baum will er nicht haben Dann wird es alles wieder schwarz hier Whip Aber Hey where is the picture Bringt uns wieder zurück Und Ja Wir haben sein Zauberbuch Noch nicht gefunden Das müssen wir suchen Gehen wir nach Norden Wir arbeiten uns von Von Sozusagen von Spalte zu Spalte Von der Linksten Spalte Bis zur rechtesten Spalte Hinüber Und Wir finden hier in diesem Waldabschnitt Einen Kleinen Schlüssel Wir fragen uns Was Sein Nutzen Sein Nutzen Wohl sein könnte Und das ist tatsächlich Auch die Frage Die ich mir stelle Wobei ich das schon einmal Durchgespielt habe Denn ich weiß Nicht Wofür dieser Schlüssel gut ist Ich nehme ihn trotzdem mit Denn Es heißt dann Du nimmst den kleinen Schlüssel mit Und fragst dich Was du damit tun wirst Aber du denkst Es ist auch dumm Es einfach so auf dem Waldboden liegen zu lassen Hero Ja Ja und dieser Schlüssel Ich weiß nicht wer das Ding haben will Keine Ahnung Der Zauberer will es nicht haben Nö Äh Oh Warum hast du meine Schlüssel genommen? Weil es nur liegt da Don't get snippy Or I'll take a round Out of Ja Okay Das wird wahrscheinlich ungünstig enden Ähm Okay das ist neu für mich Das wusste ich jetzt gar nicht Äh Ich werde mal nett sein Nun das nächste Mal Wenn du irgendwas Äh Von mir berührst Verwandle ich dich in einen Frosch Denk darüber nach Und sie verschwindet Okay das war doch eine Frau dann Diese Grafik Und äh Du siehst deine eigenen Fußspuren Im Boden Und es scheint als wärst du schon mal Hier gewesen Ja Uh Okay Aber sonst hätten wir wahrscheinlich Einen Kampf gehabt Wäre auch noch mal interessant den auszufechten Jemand kündigt das sicherlich Aber Ich lasse es mal erstmal Ähm Geh nach Norden Die Wälder sehen so friedlich aus Er ist teils salam erscheint Er ist teils salamander Teils mensch und teils drache Ja Ist ein gefährlicher kampf Wir können sagen Okay Junge Leg die Axt nieder Und äh Ich werde dich gut behandeln Dann wird wahrscheinlich ein Kampf kommen Den wir nicht gewinnen können Oder mit viel Glück Ähm Wir können auch sagen That wouldn't be a dragon in my village Would it Äh Doch das wäre es wohl Aber ich bin wie Angst Irgendwie mit dem zu reden Weil der greift mich wahrscheinlich jedes Mal an Oder wir können auch sagen Stirb abschaum Und das wäre natürlich dann auch wieder ein Kampf Aber wie ich gesagt habe Man kann aus jedem Kampfpotenziellen flüchten Was ich jetzt mache Und dann sind wir wieder im Pegasus Ganz am Norden Und wir gehen in die nächste Spalt Das ist unser liebster Jagdplatz Und hier ist ein Dämon Mit einem blauen Schwert aus Kristall Und einem zweiten Schwert Soll das wohl sein Das ist ja aus diesem Blatt Ja Aber die Hörner sind Definitiv ein Zeichen dafür Dass das wohl ein Dämon ist Wo ist die Hexe abgeblieben Vielleicht hat sie War sie unterlegen Und ist gestorben Wodurch die Purple Mountains entstanden sind Eine schwarze und rote Kreatur steht hier Als würde sie ewig warten Darauf, dass irgendjemand sie herausfordert Hinter ihm Scheint ein Loch im Boden zu sein Ja, wir können den Dämon grüßen Aber sie steht einfach nur still Die Kreatur Und ever waiting, ever prepared Also einfach eine Art Wächter wahrscheinlich Wir können angreifen Oder wir können auch sagen Mann, bist du ein großer Kerl Ich werde einfach weitergehen Aber die Kreatur scheint uns nicht zu bemerken Ja Wir warten einfach nur drauf Dass jemand sie herausfordert Wir sind definitiv nicht geeignet Um das Ding Die Kreatur zu besiegen Deshalb gehen wir weiter Noch nicht jedenfalls Eine Ein kleiner Roter Edelstein Sitzt einfach im Wald Und es glitzert im Sonnenlicht Ich denke mal Das nehmen wir mit Ein Edelstein ist immer nett Du nimmst den kleinen Edelstein auf Er scheint warm in deiner Hand zu sein Als würde ein Feuer darin brennen Tja Dadurch haben wir jetzt einen Edelstein bekommen Und hier ist wieder die Kreatur Und ja Du siehst deine eigenen Fußspuren Als wärst du schon mal hier gewesen Jupp, waren wir auch Und mehr Wald Du fragst dich Wann du wieder Hand in Hand Mit deiner Frau Durch diese Wälder gehen kannst Oder spazieren kannst Doch ja Und hier ist ein Ätzender Geruch Der aus dem Westen kommt Und da wir wieder ganz im Süden sind Würde ich sagen Gehen wir doch mal nach Westen Westen ist ja hier Der Zauberer Okay der Zauberer stinkt anscheinend nach Säure Muss ja wohl Oder vielleicht sind es die Purple Mountains Auf jeden Fall ja Wir gehen nach Osten wieder Und irgendwas riecht Fischi Irgendwas riecht nach Fisch hier Und aus irgendeinem Grund ist das hier Eine andere Textart Mit so einem kleinen Block da drum Aber wir gehen weiter nach Norden erstmal Und die friedlichen Wälder Erstrecken sich vor dir Es erstaunt dich Dass du Dass Dass diese Flecken Einen solchen Haufen von Seltsamen Nee von gefährlichen Und auch Hilfreichen Kreaturen beinhalten könnte Ja der Wald ist Der Wald Voll mit Geschöpfen Und hier ist ein großer Ogre Der hier gerade Pause gemacht hat Du hast ihn bei seinem Essen gestört Oh nein Und er schnappt sich sein Schwert und Schild Und greift an Ja und Wir können ihn jetzt hier Auf verschiedene Arten hier provozieren Please don't hurt me Aber er wird uns definitiv angreifen Ich werde es lassen Und auf seinem Schild steht Death Also nur Death Das ist der Death Ogre Der Ogre des Todes Aber auch an dem können wir so weiterlaufen Oder vorbeilaufen Blub Weitere Noch mehr Friedlicher Wald Friedlicher Wald Und ja Hier ist wieder Like your wife Der Text Wir sind wieder ganz im Norden Gegen Osten Hier war das Einhorn Und wir gehen jetzt mal nach Süden Von dieser Stelle aus Die Wälder sind Lieblich Dunkel Und tief But I have miles to go Before I sleep Achso das ist ein Reim Ja okay The woods are lovely Dark and deep But I have miles to go Before I sleep Das ist ein Reim aus irgendetwas Bekanntem Aber mir fällt es jetzt nicht ein Ähm Ja Meilen noch Muss ich wandern Irgendwas stinkt Ein seltsamer Geruch Kommt aus dem Westen Ja Wenn wir nach Westen gehen Ist da der Ogre Ja der Ogre stinkt Der Zauberer und der Ogre Stinken beide Ja wir können auch wieder Zurück laufen Einfach so Und Stinkt hier einfach weiter Vor sich hin In diesem Abschnitt Nach Süden Und ein weiterer Echsenmann Das ist nicht derselbe Echsenmann Das ist ein anderer Echsenmann Und der sieht Sehr Ernst aus Und Er bereitet auch Sein Essen über Einem kleinen Feuer vor Er sieht dich Steht auf Und bereitet seine Axt vor Ähm Wir können sagen Don't worry I won't hurt you Das ist gut Denn ich habe auch Kein Verlangen danach Dich zu verletzen Immerhin ist er da Höflich Und äh Können wir nicht Darüber reden Natürlich können wir das Ich bin Vegetarier Würdest du etwas Von meiner Bohnensuppe haben Ja das ist der Bohnensuppenechsenmann Interessant Interessant Was es alles so gibt Aber ja Nicht ganz aggressiv Aber wir können natürlich Auch angreifen Aber wir lassen es erstmal Aus bestimmten Grund Und hier haben wir das Was nach Fisch gerochen hat Nämlich diese Dame Mit dem gelben Gesicht Schwarzen Haaren Und irgendwie grünbläulich Scheint sie zu sein Eine wunderschöne Ein wunderschönes Mädchen Badet hier Im See Oder so Und äh Ihr Haar sieht etwas aus Wie ähm Wie Seegras Und ihre Haut ist Äh Klar und Äh Schimmernd Sie steht auf Und du bemerkst Dass sie nackt ist Komm zu mir Mann Ich habe großes Bedürfnis Nach dir Ich bin sehr geehrt Aber ich habe eine Frau Äh Tut mir leid Äh Was Was brauchst du Wofür Brauchst du mich denn Großartig Ich brauche dich auch Hast du etwas Meat Tja Wir können auch sagen I'm very flattered But I have a woman Aber ich bin so lieblich Bitte Kannst du mir nicht helfen Steh nur da Und rede etwas mit mir Für ein Jahr Oder zwei So viel Zeit Haben wir glaube ich nicht Ich glaube der Drache Kriegt in der Zwischenzeit Schon wieder Hunger Auf unsere Frau Würdest du mir nicht Äh Würdest du mir nicht etwas Gesellschaft leisten Oder Äh Kennst du jemanden Der mir sonst Gesellschaft leisten könnte Irgendjemanden Tatsächlich kennen wir jemanden Aber wir können auch Was anderes beantworten Oder antworten Berühre mich Und ich werde dir Ähm Ja Pleasures Ähm Wie nennt man das hier Ach Schöne Dinge Äh Geben Die jeder Mann Von der jeder junge Mann träumt Wir können auch sagen Yo Mach ich Aber dann passiert glaube ich Was schlechtes Wir verlieren Ehre tatsächlich Ich habe gerade 5 Ehrenpunkte verloren Das heißt Das sollte man Nach Möglichkeit nicht tun Du Verstände Du Verbringst einige Tage Mit dieser Lieblichen Nymphe Du fühlst dich ein bisschen Schuldig Für Dass du deine Frau betrogen hast Ja Und ganz ehrlich Ich bin mir jetzt nicht sicher Ob ich jetzt das Spiel Schon ruiniert habe Dadurch Weil Ähm Äh Ich weiß nicht Ob wir genug Ehrenpunkte Dann letzten Endes Zusammenkriegen werden Für das Was ich eigentlich bräuchte Äh Die Zwerge sind so ein bisschen Ehrentypen Die wollen unbedingt Dass jemand mit Ehre Da ankommt Hm Wir werden es ja sehen Sonst muss ich eben Neuladen und das nochmal Bis dahin spielen oder was Okay Okay Aber wenigstens verlieren wir nicht Noch mehr Ehre Aber das könnten wir wahrscheinlich Wenn wir nochmal draufklicken Deshalb lasse ich das jetzt Ähm Ja Ob wir jemanden kennen Der Gesellschaft leisten könnte Kennen wir in gewisser Weise Nämlich Äh Drüade Hier in den Bäumchen Ah Eine junge Drüade Ich werde sie neben Äh Das Ufer setzen Oder pflanzen Und wir können uns Äh Beiden Gesellschaft leisten Dadurch haben wir jetzt auch wieder hier Zehn Ehrenpunkte bekommen Ähm Ich werde sie Ja Genau Und Was für einen Spaß wir haben werden Mit jedem Mann Der hier vorbeikommt Inwiefern Wollte ich ihn zu Tode quatschen Ich danke dir so sehr Ja Okay Ehrenpunkte Schau kleine Drüade Das ist der junge Held Der Äh Dich zu mir gebracht hat Danke Danke dafür Dass du Äh Sie Sie mir gebracht hast Oh mächtiger Abenteurer Ja bitte sehr Und äh Mit dem können wir jetzt gar nicht mehr kämpfen Ah Willkommen zurück Zu meinem Lagerfeuer Mein Freund Möchtest du vielleicht etwas reintopf Tja Wir können nicht mehr mit dem kämpfen Oh Na gut Ist auch nicht so wichtig Es gibt noch einen anderen Mit dem ich kämpfen kann Ha 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 Und zwar Mehrmals Ja Gehen wir nach Osten Mal sehen was passiert Ob es klappt oder nicht Ein mächtiger Geruch Kommt aus dem Westen Du überlegst für eine Minute Und entscheidest Dass wenn Fische Perfüm Äh Tragen würden Oder auftragen würden Würden sie genauso Riechen Ja Das ist der Hinweis Auf die Nymphen Hier im Westen dann Gehen wir nach Norden Ein Nickerchen Wäre jetzt ganz gut Ja Man kann ja aber nie schlafen Oder muss es auch nie Und hier ist dann wieder die Kirche Wir gehen mal rein Und Ja Bekommen keine Lebenspunkte zurück Da wir noch keine verloren haben Aber so wäre das dann Diese Wälder Gehören jemandem Den ich kenne Achso ja Das ist der Lord Vom Dorf Oder was auch immer Wahrscheinlich ist er schon tot Und im Norden Sehen wir uns Eigenen Fußspuren Hier war die Druade Und Ja Der Text ist eigentlich Immer dafür da Die Fußspuren Dass man hier schon mal war Dass sie aber auch Ein Gegenstand gewesen ist Dann kriegt man immer Diesen Text Und gehen weiter In den Osten Und